Ey, das ist gar kein Call of Duty! Oh, Battlefield beat, das ist voll scheiße! Da ist ein Grafik-Bug! Hört auf zu jammern! Ganz ehrlich, Leute, so viele Leute von euch und Content-Creator und alle, kann sich jeder angesprochen fühlen, der genau dieser Typ ist, haben monatelang erzählt, Battlefield wird der absolute COD-Killer. Dieses Jahr Battlefield. Tausende Content-Creator haben gestern um 9 Uhr angefangen zu streamen und ich war auf der Arbeit, hab's mir angeguckt und die ersten Content-Creator fingen nach 2-3 Minuten an, das Game zu wechseln, sind wieder zu Schmutz-Warzone rübergegangen und haben gesagt, oh ne, das ist nicht Call of Duty! Leute, das ist eine andere Franchise, das ist ein anderes Game! Und wisst ihr was? Die Battlefield-Beta, ich hab sie gestern 6 Stunden gespielt, ist richtig geil! Die macht richtig Spaß! Ganz viele Dinge an dieser Beta haben mir richtig gut gefallen und ich kann keinen mehr ernst nehmen, der allen Ernstes, sich da monatelang hinstellt und davon predigt, dass für ihn Battlefield dieses Jahr der absolute COD-Killer wird oder was sie ja alle geschrieben haben, irgendwie EA und DICE begraben, Activision und all sowas, ne Stunde spielen, 30 Minuten, 5 Minuten, um dann zu sagen, ne, das ist kein Call of Duty, das gefällt mir nicht, ich spiel jetzt wieder Warzone, das sind wenigstens Cheater und da ist kein Content und keine neue Map und kein gar nix. Ganz ehrlich, Leute, das kann keiner ernst nehmen. Und das hier ist die Klagematte, die werden wir jetzt immer aufsetzen, wenn wir über etwas klagen. Und das tue ich gerade über, weiß nicht, einige von euch vielleicht. Ihr fragt mich, wie meine Meinung zur Battlefield-Beta ist, nach, ich sag jetzt mal, den ersten 6 Stunden, die ich gestern gespielt habe. Ich hatte den Spaß meines Lebens. Also ohne Witz, Leute. Ich habe seit Monaten keine Games mehr gezockt, wo ich durchgängig so viel in dem Game drinne war, gedanklich und mit Spaß und ich habe so im Stream zwischendurch auf die Uhr geguckt und habe irgendwann so festgestellt, ey, es ist irgendwie schon Mitternacht, so du zockst immer noch und ist absolut krass gewesen, weil Battlefield ist eine Franchise, mit der ich persönlich nicht allzu viel zu tun hatte bisher. Und Battlefield 5 habe ich probiert im Stream, fand ich ganz schrecklich, die Maps, wie groß es war, wie es ausgesehen hat, die Game-Mechaniken, dieses extreme Teamplay, das war alles nicht so meins. Dann habe ich jetzt Battlefield die Beta gespielt. Wir haben eine Map, verschiedenste Waffen. Ich habe bestimmt eineinhalb Stunden gebraucht, um durch diese ganzen Settings durchzukommen. Die Battlefield Beta hat, oder Battlefield generell wurde mir gesagt, hat anscheinend immer unglaublich viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber nach den ersten 60 Minuten, nachdem ich die ersten zwei richtigen Runden gespielt habe, kam ich immer besser rein, habe Runden gedroppt mit 40, 45 Kills, und habe festgestellt, dass dieses Teamplay, gerade mit, ich hatte Mean dabei, mit so einem Kumpel richtig geil ist. Wenn ihr in einem Squad Battlefield spielt und einen kompletten Punkt einnehmt und dabei Leute killt und euch dann eine Streak ruft und dann kommen noch andere Teammates mit einem Gleitschirm angeflogen und Helikopter und es crasht über euch ein und alles. Ganz ehrlich, das war geil. Und wenn man jetzt so, auch wenn man diese Games nicht vergleichen kann, Battlefield Beta und Vanguard Beta vergleichen möchte, von der Qualität her, von der Grafik, vom Ton her, von dem Gefühl des Gameplays, da kackt die Vanguard Beta aber sowas von ab. Und ganz ehrlich Leute, ich war mir sicher, ich würde Battlefield antesten, würde zwei, drei Stunden spielen und sehr schnell merken, gar nicht meins. Also überhaupt nicht meins, weil ich einfach dieses Fast Paced von Call of Duty mag, dieses Casual, das Run and Gun. Ich habe mich nach eineinhalb Stunden darauf komplett wirklich angefangen einzulassen. Ich hatte unglaublichen Spaß. Es gibt ein, zwei negative Punkte an der Beta, die werde ich heute auch äußern, aber es gibt auch unglaublich viele positive Punkte. Und ich kann nur eins sagen, ich werde jetzt heute, wenn ihr es seht, werden wir Far Cry 6, Gott sei Dank, endlich ist es da, mal streamen. Morgen geht es mit Battlefield weiter und ich werde Battlefield auch, bis die Beta zu Ende ist, weiterspielen. Und sollte der Spaßfaktor bei mir die nächsten Tage auch so bleiben, wie er gestern war, werde ich dieses Game auch später weiterhin ins Stream zeigen und ab und an eventuell mal ein, zwei Videos. Ich weiß noch nicht, was da so gute Ideen zu sind, aber ich kann nicht sagen, ich hatte Spaß. Und ich bin ein COD-Kind hoch 5. Ich habe von Anfang an gesagt, Battlefield killt überhaupt gar nichts. Man muss es komplett anders betrachten. Aber es ist absolut schwach und da kann sich jeder mal so ein bisschen an die Nase fassen, wenn er als Content-Creator auf Twitch, auf YouTube wochenlang predigt, Battlefield, das zocke ich, voll durch und dann geht es los. Und dann spielt er es eine halbe Stunde und legt es wieder zur Seite und spielt Warzone. Und ohne Witz, Leute, ich habe ganz wenig Leute gesehen, die wirklich gesagt haben, geiles Game oder geile Beta. Da sind dann so Diskussionen gewesen, wie, ja, ich habe hier FPS-Drops oder ich habe hier einen Grafik-Bug. In der Vanguard-Beta hatte ich eine Woche keinen Sound und die Grafik-Bugs waren Tornado-artige Hunde, die durch die Gegend geflogen sind und die Sonne, die so hell war, dass ich nicht wusste, ob das der Glatzenkopf von Homer Simpson ist. Also ja, Leute, Vanguard-Beta hatte deutlich mehr Probleme als eine Battlefield-Beta mit einer riesigen Map, die dreimal so groß ist, wie wir Dansk, wovon wir zu Release anscheinend sieben bis zehn bekommen, mit verschiedensten Waffenoptionen und, und, und. Also ganz, ganz ehrlich, Leute. Das ist so schwach, wenn man seiner Community über Wochen vorhält, dass sie nicht so negativ sein dürfen, weil Battlefield cool wird, das eine halbe Stunde spielt und dann wieder weglegt. Was soll das? Stell es den Leuten doch vor, die wollen es doch auch sehen. Nicht jeder konnte gleich vom ersten Tag an spielen. Hä? Creator-Ehre. Hm? Okay. Also, kommen wir kurz zu den sehr guten Sachen an der Battlefield-Beta und dann noch aber einmal kurz die schlechten Sachen und die guten Sachen gehen immer schneller, weil, wenn etwas gut ist, brauche ich ja nicht groß erklären, warum. Also, grafisch, finde ich, ist die Battlefield-Beta auf der PS5 überragend gewesen. Nur 60 FPS, haben die 120 FPS leider noch nicht freigegeben, wird zum Full-Release dann sein, damit kann ich leben, auch wenn ich mittlerweile seit zwei Wochen nur noch mindestens 120 FPS spiele. Grafisch einzelne Momente von dieser Beta sind unfassbar gut gewesen. Ich habe das Gefühl, dass sie aus den Konsolen, aus den Neutern-Konsolen alles rausholen, was da ist. Wirklich, dass wir, was Grafik angeht, am Maximum sind. Es gab vereinzelt Frame-Drops oder Grafikfehler, aber das sind kleine Sachen, die kann ich in der Beta verzeihen. Da brauche ich mich nicht drüber aufregen, wenn es kleine Dinge sind. Die gesamte Game-Mechanik, das Movement, das Gefühl Hitmarker zu machen, das Gefühl Kill zu machen, war, finde ich, unfassbar gut. Ich hatte das Gefühl, dass EA und DICE sich von Activision und Call of Duty einiges gezogen haben, gute Elemente, denn eins ist klar, Call of Duty hat es auch gerade für Controller sehr viele Jahre immer sehr gut hingekriegt, dass sich zumindest das Movement sehr gut anfühlt. Wir haben es jetzt im Vanguard gehabt, da haben auch viele gesagt, alles Schmutz, Movement ist gut, da bin ich auch dabei. Das Movement in Battlefield hat sich natürlich angefühlt. Ich musste durch die ganzen Settings gehen, das ist gleich ein negativer Punkt, es gibt meiner Meinung nach zu viele Settings. Man verliert sich dort. Es gibt Dinge, die würde ich im Leben nicht einstellen. Dafür gibt es dann Dinge, wie ich kann nur auf R2 und L2 schießen. Man kann es in der Playstation umstellen. Ich werde auch am Wochenende, das ist schon mal die Info vorab, ein Tipps- und Tricks-Video von einem Call of Duty-Spieler für euch machen, mit Sachen, die mir geholfen haben, erst nach 3-4 Stunden rausfinden, mich im Battlefield noch wohler zu fühlen. Ich weiß, für viele von euch ist das Movement dort ein bisschen anders oder auch, wie man die Sachen nutzt, aber insgesamt habe ich richtig Bock, darüber Content zu machen, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das Full-Release-Game nicht verschoben wird und genauso viel Spaß macht. Dann ist es ein Game, was man auch locker mal 12 Stunden mit seinen Jungen spielen kann. Das nächste Gute, dieses Quick-Equipment-System von den Waffen ist Weltklasse. Du bist im Häuser-Fight, gehst auf mit 2 Klicks, es ist super intuitiv gewesen nach 3-4 Stunden, gehst auf ein Magazin mit höherer Feuerrate, gehst auf ein Visier, ein einfaches LV-Visier, machst den Griff raus, hast dein Sturmgewehr auf Close Range, gehst raus, während du läufst, switchst du das Visier, machst die Munition raus. Ganz ehrlich, Leute, das ist genial gewesen, es hat sich so natürlich angefühlt. In Call of Duty geht das A, nicht während man im Leben ist und dann geht es auch nur so ja, Start, Menü, dann Waffe, dann Dreieck bearbeiten, dann auswählen, das dauert viel zu lange, das ist nicht intuitiv, das geht nicht in einem Flow. Das hat Battlefield sehr geil gemacht. Die Panzer und die Kampfjets, die ich befürchtet habe, oder wo ich befürchtet habe, dass die extrem stark sind, sind geil als Unterstützung, aber sind nicht so, dass du als normaler Infanterist, wenn du unterwegs bist, absolut nur davon abgefuckt wirst. Was mich eher ein bisschen negativ getroffen hat, war, dass relativ viele Bots auf den Servern waren. Sie haben ja, damit die Server ein bisschen mehr Stabilität haben, für den Anfang ein paar Bots in die Games gemacht und das, was ihr im Gameplay seht, da sind ein paar Kills von Menschen und ein paar, die ich kille, die Bots sind. Das sieht man auch, also es ist kein Geheimnis. Da hätte ich mir gewünscht, dass das ein bisschen weniger sind. Gerade, wenn man ein bisschen darauf achtet und ich sag mal, von drei Kills immer einer auf jeden Fall irgendwie Bot ist, das nimmt ein bisschen das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz, das ist eine Beta, hier ist das in Ordnung, es macht Spaß, das ist wirklich cool, es macht richtig Fun. Die verschiedenen Waffen haben alle Pros und Cons, die vier Charaktere gefallen mir, wobei ich habe eigentlich fast nur einen gespielt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der erste mit dem Kletterhaken, weil der gerade, was Strafe und Speed angeht und in Gunfights extrem gut ist. Später werden noch richtige Streaks dazukommen. Ein, zwei Streaks konnte man schon rufen. Insgesamt, wenn ich das zusammenfassen muss, haben mir die sechs Stunden gestern unglaublich gut gefallen und ich kann niemanden verstehen, der das nach ein, zwei Stunden oder noch weniger hinlegt und sagt, ne, ich bin mir zu groß, mag ich nicht, gefällt mir nicht. Ganz ehrlich, dann kann man jemanden auch nicht mehr glücklich stellen und das ist eine Beta, da waren Fehler, da waren viele Fehler, aber es war ein Fehler, bei dem man gemerkt hat, dass man daran arbeiten kann. Anders als bei Vanguard, wo außer der Time to Kill, die zwar schnell war, aber jetzt nicht unbedingt viel zu schnell und dem Movement eigentlich nichts funktioniert hat. Grafik hat nicht funktioniert, Sound hat nicht funktioniert, Streaks haben nicht funktioniert, Waffen haben nicht funktioniert, also Kernelemente haben nicht geklappt. Ganz ehrlich, Leute, lasst ein Like da, wenn ihr auch Bock hattet auf Battlefield und weiterhin die Beta spielt. Ich werde es das ganze Wochenende tun, weil es einfach für mich was ganz anderes ist und ich lasse mich sehr gerne weiterhin darauf ein, weil es Spaß gemacht hat. Ich hoffe wirklich, dass EA und DICE das bis Ende November hinkriegen, dass da noch ganz viele Sachen ein bisschen überarbeitet werden, dass das Ganze noch, noch fertiger ist, damit wir da ein gutes Produkt haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und heute freue ich mich aber trotzdem auch auf Far Cry. Ich habe richtig Bock drauf. Wenn ihr mal mit vorbeischauen sollt oder wollt, schaut den Stream. Wenn nicht, lasst ein Abo da, wenn nicht, lasst ein Like da und wenn nicht, gehe ich jetzt erstmal mich umziehen. Haut rein!